So, diesmal darf Jengis eingreifen mit Urknall, ähm, Jessica macht das, und der macht den Zauber, Multiheilung. Badaboom, badabam, babababababam, Multiheilung, boom, boom, boom. Keine Ahnung, wie viel Leben der hat, äh, 10.000, 20.000. Schmetter mit seinem fetten Arm in die Gruppe rein. Nein. Aua. Oh, oh. Flash muss aussetzen. Hier, friss. Bam, bam. Flash setzt aus und macht den Zauber Mega Heilung. Äh, Jengis kann nicht mehr, dafür hauen wir einfach das hier rein, Jessica das, und Angelo. Gibt mir hier den göttlicher Beistand. Ah, ist die Betroffene von Sheerhead. Ach, komm, ey. Hol sie fünf. Will er mich verarschen oder so? Toll, jetzt ist der auch noch tot. Äh, Zauber. Alter, wenn du jetzt gleich nicht die erste Runde... Gleich hinkommst, dann hau ich dich. Das ist mit dem armen Schmettern, das ist total op. Alter, komm doch in dieses kack Leben wieder zurück. What the fuck? Wie total op ist das denn? Alter. Das geht da aber gar nicht. Mega Heilung. Der kann ich auch nie... Ey, ganz ehrlich, was ist das denn für ein op-Zeug hier? Ey, mein klärten Ding ist kap... Ey, hopp. Nutzen. Äh, Gepäck. Dann nutzt den einfach... Halt ihr erst mal ein bisschen selbst, ey, ganz ehrlich. Also, ist egal. Macht der. 52, ja gut. Eine fette Mehl-Erheilung, ey. OP gecheatet. Ja, gut, der macht jetzt nichts mehr. Zauber. Hol ihn doch jetzt einfach da raus, ey. Was ich mache, bevor der irgendwas wieder macht hier, ne? Machen wir Glärtenstein benutzen. Und die setzt einfach den Zauber ein. Hoffentlich fr... Der Hauptsache, der frisst noch etwas, ey. Schaden. OP, OP, OP. Und der arme Vogel muss alles aus. Nein, mein einziger Heiler. Kehrt doch einfach... Ey, das gibt's nicht. Ich kacke ins Essen bei dem, ey. Warum? Das Schlimme, ich muss den ja rausholen. Zieht dir das hier vielleicht ein bisschen mehr ab? Hoffentlich. Ja, nur 77, toll. Danke, dass du ins Leben zurückkehrst, du blöde Aff. Toll, jetzt trifft der Angelo bestimmt. Ich brech ins Essen, ey. Ja, mach ich das so. Mach ich mit Cengiz. Magie teilen auf Flash. Äh. Beben wir aus. Boah, vielleicht muss ich den doch eher... Ist der Scheiß drauf. Hauptsache, irgendeiner kriegt jetzt hier Heilung raus. Ich muss die Mega Heilung einmal einsetzen, damit sie einmal voll sind, ja. Gut so. Das war's dann auch, ey. Ich kann keine Mega Heilung mehr einsetzen, wenn Cengiz nicht mehr teilen kann. Ich zieh ein bisschen mehr ab. 13. Ich kann die Jösen zweimal das Monster-Team da rufen. Ähm. Was ich jetzt... Möchte ich jetzt erst machen. Ich mach nur mal einen Angriff. Nur mal einen Angriff. So. Ne. Gepäck. Benutzen. Schmorgel. Zauber, Multiheilung. Oh, das kann jetzt ein langer Kampf werden. Mutig mal. Frosting oben total. Alter. Alter. Alter, das ist richtig mies jetzt gerade. Hm. Und tot. Irgendwer. Oh, komm, ey. Warum muss Angelo eigentlich sterben? In dem Moment. Oh, ist es nicht wahr. Gott, das hört es mich total an. Ah, ich rufe lieber das... Ne, das ist... Ach, Mann, ey. Ah, den juckt das nicht. Weiß aber, mich juckt das, ey. Okay. Ja. und sich treffen die haben wir noch genug leben hier man könnte wirklich gerade erst nur haben wir die auch noch eben ins spiel das macht er wieder auf total op das ist kein problem wenn das alle macht mehr und dann die energie für hinterher kein problem weißt du das halte ich aus verzeiflungsschlag in deinem gesicht diese kugel ist total op die trifft wenn ich zweimal trifft 300 leben weg und das hintereinander sind 400 leben maximal was er bei einem machen kann zauber ich habe nicht mehr so viel zack gepäck gelehrten stern benutzen immer drauf damit immer drauf andere chancen habe ich nicht ja es gibt mir noch am besten einen arm oder irgendwelche meteor kacke es ist gecheatet ist gecheatet ist gecheatet ja wo ich jetzt mitmachen kann ist ganz der gelehrten stein und äh die das ding kann ich aufheben mir habe ich nicht irgendwas was null kostet kreisfäger merkur stoß probiere ich einfach mal aus gepäck gelehrten stein benutzen schmorgel zauber multi heilung kann nur durchgehend teilen jetzt mit den beiden ich mache jetzt weniger schaden aber dann sind sie beide dann sind alle mal voll aber das andere möglichkeit fällt mir nicht ein hat er jetzt schon krassen schaden wenn ich noch so einen hätte wäre es optimal könnte ich das dreimal machen und einen angreifen an wäre mir damit mit dem bellen auch total egal